Scheiße, warte. Ne, ich kann nicht steuern. Ja. Dann fangen wir erst mal ganz langsam an. Hier drin ist sogar Echo, Echo, Echo. Und Schwung. Mit Schwung geht's los. Auf und nieder, immer wieder. Ja. Und Abschluss. Airtime. Kleines Päuschen. Eingeparkt. Sarah. Okay, genug gewartet. Gehen wir noch mal Gas in eine andere Richtung an. Wir haben eine Schwierigkeit. Ja. 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 bitte loslassen, den Bügel bitte loslassen. Jetzt ist die Sarah dran. Man fühlt sich schon ziemlich Operator.